Hallo YouTube, hier ist wieder euer Kai von Kai Labs und wir befinden uns immer noch in unserer Blues Hexatonic S-Dur und C-Moll und wir haben unsere Progression und ja, wahrscheinlich hast du das Ganze geübt und hast dich vielleicht auch gefragt, wie mache ich denn das jetzt mit dem Finger umsetzen? Ja, weil das ist natürlich von dem Layout ein bisschen anders als die anderen Tonleitern, die wir bisher gehabt haben, also die anderen Blues Hexatonics und deshalb habe ich heute ein Video aufgenommen und in dem Video kann ich dir zeigen, wie das mit den Fingern geht, dass du also quasi über die Oktaven hoch und runter wandern kannst. So, das hier ist also mein Video und wir starten hier natürlich bei C und legen also hier den Zeigefinger auf S. Ja, der Mittelfinger liegt hier auf dem F und der Ringfinger wird dann das Fis drücken. Und damit ist eigentlich schon mehr oder weniger festgelegt, wie der Wechsel stattfinden wird, denn die Tonleiter geht dann ja mit dem G weiter und das heißt mit anderen Worten, wir werden mit dem Ringfinger, wenn wir diese Note spielen, Fis spielen und werden dann quasi unter der Hand durch den Daumen durchstecken und damit das G drücken. So, und das machen wir jetzt hier in dem Video. So, genau. Und jetzt hast du gesehen, der Daumen war auf dem G, der Zeigefinger auf dem B und dann wird schon wieder umgesetzt, damit wir wieder in die Grundstellung kommen, dass also der Daumen auf dem C sitzt. Und das kannst du ja, dieses Video kannst du ja wiederholen, also insofern muss ich das jetzt nicht nochmal machen. So, wir zeigen das hier nochmal bei einer anderen Oktave, bei der nächsten Oktave. So, und jetzt geht es natürlich darum, wie geht das Ganze wieder runter und das ist eigentlich tatsächlich der umgekehrte Weg. Und man kann das sogar sehr, sehr schnell spielen. Also, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Ansonsten würde ich einfach empfehlen, arbeite weiter mit der Tonleiter, arbeite weiter mit der Progression. Also, da habe ich jetzt quasi den Weg nach unten gemacht und jetzt geht es wieder nach oben. Ja, also das geht relativ schnell einzuüben. Ich müsste es mir heute auch nochmal vergegenwärtigen, wie ich das eigentlich mache. Und jetzt gerade, als ich darüber nachgedacht habe beim Hochwandern, ich so, was war das jetzt nochmal? Das Problem ist tatsächlich, dass es in das Muskelgedächtnis deiner Hand gehen muss. Und dann solltest du dir gar keine Gedanken mehr darüber machen müssen. Ja, aber bis es soweit ist, musst du halt. Okay, das war es wieder für heute. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Improvisieren mit dieser Tonleiter. Und wenn du möchtest, sehen wir uns dann morgen. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.